Ganozi Zahnpasta Ganozi Zahnpasta enthält kein Fluorid und kein Marketingquatsch, aber sie enthält hochwertigen Ganoderma-Extrakt, Menthol und Pfefferminzöl. Es reinigt die Zähne effektiv und hinterlässt nach der Anwendung einen angenehmen Geschmack im Mund. Es kann Zahnfleischbluten innerhalb weniger Tage beseitigen und eignet sich hervorragend zur Behandlung anderer Mundwunden. Wir haben es auch erfolgreich bei Insektenstichen und Verbrennungen eingesetzt. Das Geheimnis ist natürlich der darin enthaltene Ganoderma-Extrakt, dessen Wirkstoffe direkt auf die Problemzonen einwirken. Alles in allem eine ausgezeichnete Zahnpasta, obwohl sie kein Naturprodukt ist, da sie Spuren von Duftstoffen, Natriumlaurylsulfat und etwas Zucker enthält. Untertitelung des ZDF, 2020